Sock-Freunden, wir wollen euch heute von der Community Socks.de ein Let's Play präsentieren. Ich habe heute den Flash-Shooter als Gast dabei und ja, wir werden heute... Genötigter Gast, nein Spaß. Genötiger Gast, genau. Ein wenig Spaß haben und einfach mal drauf losbauen. Jetzt baut er mich ein, anstatt mich hier rauszulassen. Bleib schön da drin. Da hast du deine Hütte, da kannst du drin wohnen. Oh. Will ich aber gar nicht. Draußen. So. Und wir haben 1. April, also nicht wundern, was wir für Sounds hier am... ...komischen haben, wir haben auch komische Skins. Ja. Aber ich kann... Genau. Nein, da oben ist auch noch ein Skelett. Wenn du mir jetzt verrätst, wo du stehst. Ich bin im Dorf. Ich kämpfe gerade mit einem Baby-Zombie. Du musst nackt überleben. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich noch nackt bin. Und im Skille. Im Villager. Also das mit den Skins zum 1. April ist ja irgendwie schon seltsam. Ist doch schön nice. Und schöne Geräusche. Klick, klick, klick. Man hört es. Tick, tick, tick. Da bist du ja bekloppt bei. Ja, klar bist du da bekloppt bei. Oh. Ach ja, ich tue dir mal wieder nichts Gutes. Dreimal auf Huls geklopft. Ja, toller Erfolg. Ja. Dreimal auf Huls geklopft. Das, äh... Ja gut. Ob du jetzt auf den Kopf gehauen hast oder auf den Baumstamm, das ist eigentlich relativ egal in dem Sinne. Ja, cool. Ich will ein bisschen Fleisch haben. Nein, nein, nein. Musst du die mal wieder töten? Oh ja. Unglaublich. Ich sag, ich gehe nach einer gewissen Zeit gehen sie halt wirklich auf den Sack. Sag, klick, 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 klick. Ist doch schön. Musst du mal Holz abholzen. Ey, das hättest du ja noch schlimmer an. Ja. Ja, gut, ich hab die Sound etwas runtergedreht, weil ich ja sowieso stehrende Einstellungen habe. Ich glaub, das werde ich gleich auch tun. Möchtest du denn da verraten, was wir heute machen oder allgemein machen? Ja, was wollen wir denn heute allgemein machen? Ich denke mal, wir werden heute erstmal ein bisschen Ressourcen sammeln und dann haben wir vor, ein etwas größeres Haus zusammenzubauen. Zusammenwohnen? Oh, sexy. Oh, auch noch zusammenwohnen. Oh Gott. Gruppenkuscheln. Gruppenkuscheln. Ich kann gleich direkt Stein machen. Oder, ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten, die man hier bei Minecraft auch machen kann. Dann kann ich auch nicht einen großen Wuck hier hinbauen. Guck mal, ich hab was Schönes für dich, okay? Guck mal hier, was hältst du denn von dem Schwert? Bitte sehr. Ich hab da ein Schwert gefunden. Naja, das hab ich eben gekäuftet. Okay, das mit den Blöcken geht ein, irgendwann wirklich auf den Zwirn. Glück, Glück. Ja, ich schon ein bisschen, also ich meine, 1. April Schwert und gut. Ich meine, das ist ja mal ein schöner Gimmick, aber irgendwo, sondern an einer gewissen Zeit wird es dann... Nervig. Dann werde ich erst mal, ja, würde er mal sagen, du kannst ja erst mal ein paar Steine oder irgendwas machen. Ja, bin schön. Ich hol dir jetzt erst mal ein bisschen Holz dabei. Ich seh dich ja. Abzuholzen. Dupp, 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 dupp. So, Eisen. Ach, wir brauchen Kohle. Jetzt reißt du die ganzen Bäume ab, ey. Gleich ruft Queenpeace bei dir an. unglaublich reißt die ganzen urwald ab da hast ja kein zuhause mehr das ist doch los ich glaube ich mache gleich auch die zahlen ein bisschen leiser da wird zwar ein bisschen ruhiger hier aber ich denke mal wenn wir uns dabei ein bisschen unterhalten und so dass wir bis leider noch nicht so die passende musik dazu gefunden die man so im hintergrund bisschen mitlaufen lassen kann aber ich denke mal das kommt ja auch kann so die links nehmen die ich hier mal ein doch geschickt da sind auch mal wie gesagt gutes bei hat ein erfolg siehst du doch an mir ich weiß eigentlich ob stinkt schon wieder es riecht wie eine klärgrube an dieser stelle guck mal ich tue dir schon wieder was gutes weißt du denkst du erst chuck now ist aber jetzt nackst ich mache immer das falsche fenster auf statt das inventar aufzumachen ist auch cool ich bin froh dass du nicht i drückst oder tab aus gewissen anderen spielen oh ja genau ich meine die ecke die wir hier haben ist eigentlich mal gar nicht so schlecht platz satt ohne ende zum bauen ja und wir haben village jedoch direkt essen spart uns einiges nein 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 immer schon die setzlinge liegen lassen unglaublich die menschheit was habe ich vergessen ganze setzlinge liegen lassen naja gut ich habe mir erst mal das holz setzlinge damit ich dann nebenbei sowieso immer mit ein so ich glaube ich werde dann doch mal eben kurz zu uns ein bisschen leiser drehen weil es ist echt auf lange sicht nervig aber lustig aber blöde ist nur wenn du dann dich unterhalten klick 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 genau das ist habe ich jetzt gerade auch noch bedenken drüber von aber ich habe gesamtsounds noch vier prozent das sollte eigentlich relativ reichen ach ja der björn björn aufnehmen wunder der natur er findet einfach neun kanal an ja was weiß was man alles so für die community tut ne ja genau das ist es will ja auch mal was präsentieren und sind ja halt auch nur die ersten schritte wo man ein bisschen rumprobiert testet ja klar was neues probieren ist dann doch mal ganz witzig das wäre viel cooler gewesen nein noch checken aus wäre aber schlimm gewesen allererster april jawohl wir haben uns aber auch gewundert als ich meinen guten batman skin nicht mehr hatte ja ich denke mal wird auch alles ab morgen wieder vernünftig gehen gehe ich mal von hause denn die den 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 so ich weiß gar nicht mehr wie kekse ging woanders rum na wo bist du denn da bist du denn ah ich sehe da hinten so ein weißes wildschirm hinspringen guck mal hier äh oh ich fand dich zum kotzen im wahrsten des wortes hey du sollst ja nicht verhungern armer junge jetzt kann ich doch nicht nein das kann ich nicht nein das finde ich gut nein 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 das geht nicht ja was kann man eigentlich sonst noch so erzählen ich meine wir fangen hier in gerade neuen blödsinn an ist ja für uns wie gesagt das erste mal und dein erstes mal ok das ist mein erstes mal in der sache was was kanal angeht und eigene videos zu machen wer weiß was du gerade schon wieder so gedacht hast ja warte mal ich nicht äh vielleicht deine zuschauer jetzt gerade in diesen momente ja ja genau ja ich jetzt nicht so ganz ja was kann man denn zu uns sagen ja zu mir nicht viel ich bin ein bisschen bekloppt ein bisschen bescheuert und alles durcheinander ich glaube wenn man an mir leckt hat man zwei wochen lsd rausch mittel aber ist ja auch nichts neues ja du sollst ja nicht an die freche lecken du sollst die aufblasen die sind durch die luft so wenn du draufdrück quietsch weg ist er jetzt ist meine axt weg ja aber über dich kann man doch bestimmt was erzählen björn ja ich wollte eigentlich mal gerade mal ein bisschen was zu unserer community sagen doch viel ist ja da seit 2002 muss man dabei sagen und der stand ja jetzt auch beziehungsweise die community entstand eben halt aus dem ehemaligen clan damals und seit 2002 eben halt dabei und am tun am machen haben einen festen kern bei uns die ja auch zurzeit einiges spielen so von battlefield auch angefangen und kenn ich nicht battlefield kennst du nicht battlefield 4 kennst du nicht kenn ich nicht nehm ich dir nicht ab kenn ich nicht naja battlefield 4 armor 3 wird zurzeit noch kenn ich nicht und rast kenn ich nicht minecraft wie man sieht kenn ich nicht das ist ein minecraft lego für große erwachsene ne oder wie war das ja genau das habe ich mal zumindest so gehört ah jetzt werde ich mal hier in die hütte reingehen ja da wir hier bei uns ja gerade momentan vieles umstrukturieren äh ich bin heute irgendwie nicht verwirrt das liegt wegen deiner ersten aufnahmen das glaube ich auch gerade eine kiste worden und äh handwerker ein wenig oh mein gott ja auf jeden fall wie gesagt unsere community ist grad ein bisschen gut und bauen ja gerade ein wenig um da hat so einiges neues wie gesagt jetzt auch mit dem youtube kanal ja wir hoffen ja dass wir da ein bisschen so fuck bei haben dass das auch klappt dass die leute sich das so angucken vielleicht auch ein paar neue leute dazu kriegen weiß man ja nicht schauen wir mal mal sehen wie sich das tut wie wir uns tun hier überhaupt bei den let's play videos nein ich weiß nichts davon so ja auch nicht wie ist das ja ja wo man uns dann halt erreichen kann äh ist eigentlich auch recht simpel wir haben eine homepage eine eigene die kann man unter zox.de erreichen dann finde ich dir alles in die video beschreibung rein zu packen das ist in der video beschreibung am Anfang sogar zu gehen ja so ist das dann finden die leute das immer alles nicht nur bei dir ich tue es bei mir auch hinzufügen ja das ist ja immer super geht ja auch in der video beschreibung wenn wir das mit hinzufügen da ist ne witch äh close der ist ja witzig ey ich mach die türe auf und der sagt close close open close das kann man rein tun das kann man da rein tun oder ich muss erstmal meinen villager und freunden helfen hier was geht ab vanila backen close open total geil ich find's witzig ich muss mal den villager hier helfen die werden grad geärgert aus hast du ein paar steine übrig ich hab jetzt hier mal so eine kiste oder zwei kisten hingesetzt ich habe natürlich paar steine übrig dann könnte man nämlich mal einen brennofen hier bauen oh heiße angelegenheit ob du bist wohl ein heißer kerl hier warte gib mir wasser naja nichts mehr äh hatte ich nicht wohertfleisch eingesammelt wo habe ich das hingeschmissen weiß ich nicht ich kann dir aber auch ein bisschen kohle hier lassen ich lass dir mal ein bisschen kohle hier Ein Stück Fleisch habe ich, toll. Egal. Komm, ich lasse dir noch ein bisschen Kohle hier, so. Einfach mal auf. Pack mal da mal was rein, schmeißen ihn an. Da auch getan. Hallo, Creeper. Auch rein? Oh nein, die Creeper-Sons. Oh, 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 oh. Ist er schon am Kloppen? Ja, klar. Oh, ein bisschen Action. Nein, ich sehe gerade so eine Festung. Eine Dschungelfestung. Jetzt singt der. Jetzt fängt der an zu singen hier. Wie geil ist das denn? Ja, weil du wieder nichts tust. Oh, das war doch ein bisschen schlecht. Klingt der dunkel. Äh, ist das da, ist das ja der Hammer. Der Schaf, alles da, cool. Sonnenblumen. Ne, nicht Sonnenblumen. Doch noch ein bisschen anders aus. Au, aber. Lalalala. Was ist denn da, ist es weg? Wie geil ist das denn? Achso, hier war nichts mehr drin. Was ist das denn? Ich muss noch platzen. Das hört sich ein bisschen seltsam hier an. April, ne? Halt, was will ich jetzt machen? Weißt, wie sich das gerade anhört, der? Das wird mir ein Düsenjet über uns hinwegfliegen. Uh. Batman, 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 Batman. Batman weg. Creeper. Explodieren. Batman ist weg. Für heute. Nicht. Kein Platz im Inventar, aber jetzt. Gucken wir mal ein paar Schafe mal. Oh, das wird jetzt ein kuscheliges Bett für uns machen. So. Das hätten wir schon mal. Wasser. Nein. Was ist denn los? Lässt du dich wieder töten? Nein, nein, nein. Nein, ich doch nicht. Hallo, Spini. Balei.